Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mars Warlocks. Ich glaube wir sind jetzt auch in Kapitel 2, wenn man das so nennen kann. Wir haben das Gefangenenlager verlassen. Wir sind jetzt in Shadow Lair einer Aurora Stadt. Was mir das aussieht, ist auch wieder zum Großteil geschützt unterhalb von einem Schirm, von Aufbauten, halb unterirdisch vielleicht auch. Und jetzt können wir uns hier mal umsehen. Wir sind ja ein Techno-Mensum, wie wir festgestellt haben. Na, wir können jetzt auch sowas machen. Welche Überraschung? Ja, und unsere Aufgabe ist, zurück nach Hause. Innozenz Haus zu suchen und, ja, ihn seinen Eltern wiederbringen. Oh. Okay, er möchte meinen Ausweis haben. Ich habe sie nicht bei mir. Bestimmt können wir darüber reden. Ich bin aus einem Gefangenenlager geflohen. Ich mag deinen Ton nicht. Versuchen wir mal mit der Wahrheit. Ich bin aus einem Gefangenenlager geflohen. Ich weiß, das wird dir so wie Wissenschaft und Fiktion zu sein, aber ich habe es geschafft, zu von Abundanz zu Präsenkampen zu entfernen. Die Böden, die machen mich verrückt. Die haben uns sicherlich verdammt auf der Krieg. Aber wir haben trotzdem Green Hope genommen. Und wo warst du? Welches Kamp? Habt ihr, dass du Prowess Martin kennst? Those Pigs got him too. He was captured during the fights on the 12th highway. Prows ist den, den wir zweimal verkloppt haben, weil er sich an die Mutanten vergreifen wollte. Ja. Prows? Sound familiar? Ja. I think he was Captain one of the nearby barracks. You actually saw him before you left? How is he? I mean, he's my sister's fiance, so... You know. Es ging ihm gut, als ich geflohen bin. Nun, er sah nicht so gut aus. Ich befürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Ich hatte ihn zumindest am Leben gelassen. Ähm... Er sah nicht so gut aus. Life is hard in those camps, you know. Very hard. And I believe he's among the ones who've been taking it very badly. Fuck. He must hold on. He has to. It's been announced that they'll be liberating the prisoners. Damn it, I hope he'll hold on. Alright. Let's just say I'll let you off this once. Go. But make sure you get some legit ID. Hm. Aber es war eigentlich nicht gelogen. Er sah nicht so gut aus, nachdem wir ihm die Keule ein paar Mal ins Gesicht gedrückt hatten. So, wo können wir denn jetzt überhaupt hin? Wir sind hier unten und wir können nach dort oben. Und haben natürlich zwei Wege vor uns. Um kurz und um längeren. Ich glaube, wir suchen uns erstmal hier die Stadt und schauen uns das ganze bisschen an. Bestimmt gibt es ja auch irgendwo wieder was für ein Ludwig. Äh, für ein... Meine Eltern haben eine Stadt in der Stadt. Sie werden uns flippen, wenn sie uns sehen. Das wäre schön für dich, so für deine Eltern. Ja. Hast du eine Minute? I have a few questions to ask you, if it's okay. Kennst du dich in Shadowlair gut aus? You know Shadowlair well. Well, especially in my neighborhood. I never went outside it too much. Especially downtown. Apart from a few ceremonies. Hm. Ich musste die Slums zeigen. Willst du sicher gehen? Das überrascht mich nicht. If you don't want to stay a good little mama's boy, I'll have to take you around to see the rest of the town. The Slums for example. Thanks. I'd actually like to get to know the town a bit better. Hm. Ähm. Gut wieder hier zu sein. Good to be back. Ähm. Yeah. Yeah. Really happy. Come on. Let's go. Dann gehen wir. Tja. Ähm. Kommen wir da noch weiter. Nein. Hier gibt's nix weiter. Ja. Geh mal weg, die Kleine. Ähm. Hier ist nix. Nix. Uh. Menschen. Uh. So eine Frau. Äh. Schläft der da? Oder was ist das hier? Hm. Hier kann man nicht reden. Hier kann man nicht reden. Sieht ein bisschen aus wie die, äh, Frau von Jay, ne? Tag. Warum so ernst? Es ist, ich, sag mal so, es wirkt alles so ein bisschen leer. Ach so. Und die Frau da hat mich direkt abgelenkt von dem da. Hm. Hm. Joa. Dankeschön. Munition und Leder. Oh, das war uns aber nicht so groß. Komm mit euch bitte, ne? Schrott suchen, wie immer. Ne? Teil Schrott. Wird da auch noch hinkommen. Sieht aus, als wäre es ja freigeschalten werden könnte. Tag. Du hast da übrigens ein Bein in der Tür. Ich wollte es nur gesagt haben. Was hier oben was? Da kommen wir gar nicht erst rein. Die Tür kann man nicht reden. Also gesprächig. Nein, der Pflanzen. Gesprächig sind die Leute hier nicht wirklich. Da ist eine Tür. Da sind Leute, mit denen man nicht reden kann. Wir gehen jetzt auch nicht weiter. Dann gehen wir mal an die Türe. Äh, durch die Türe. Oh. Sag mal, was ist denn hier los? Bam. So, das war der erste. Au. Na komm, ich hau mir gleich mal zusammen. Hopp, 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 hopp. Au. Eie. Und einer ist übrig. Und einer ist übrig. So. Also, was ist denn hier los? Kann man sich vorstellen, dass man wieder zu Hause ist. Und dann kriegt man voll erst mal eins draufgehauen, oder wie? Danke. So. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Stoff, Serum, Hardware. Sehr schön. Serum. Du hast. Stoff. Ah, ich vergaße gerade wieder. Eisenstange. Wir könnten ja mal... Was haben wir denn hier? Elektrischer Bogen. Schockwelle. Energieschild. Uwe 1. Und die Schokolade 3. So. Und können wir damit jetzt was... Äh, was haben wir denn hier? Eisenstange. Die können wir mal kurz schauen. Spitze. Dynamo. Ach, elektrische Komponenten. Königin Klauer 2. Und hier kann man im Prinzip nur genauso aufrüsten wie... die kaputte Leuchte oder... unseren vorhandenen Malwurfs-Knochen. Ähm... Ich würde sagen... Standardmäßig ausgerüstet, um Techno-Manden-Angriffe auszuführen. Wähle das zugehörige Symbol im Taktik-Menü. Gut. Das werden wir, glaube ich, das nächste Mal auch direkt aktivieren. Wo war das gleich? Das war auf der 1. Gibt's da wohin? Nein. Nein. So. Ähm... Wir sind jetzt... Ah, hochklettern. Schauen wir mal, wo wir irgendwo was über... Ja, da sehe ich doch schon das erste Leuchten. Metallschrott. Herzlichen Dank für die... Leute, die sowas wegwerfen. Da geht's nirgends wohin. Hier können wir nochmal hinunter. Ähm... Hi, Süßi. Hm. Das ist vorbei. Hier gibt's... Ähm... Hast du was? Hast du das ruhig? Nein. Okay, da war auf der anderen... Äh... Wo willst du mehr los? Würde ich mal so sagen. Dann... Tun wir auch, was getan werden muss. Und... Wir müssen dahin durch. Die sehen alle so ein bisschen gleich aus, als ob die alle geklont wurden. Ähm... Ja, da hinten ist jetzt... Wow. Ich kann nicht glauben, dass das Platz noch da ist. Ein bisschen weiter. Die Stahl ist auf der Seite. Kneipe. Das hier. Ja. Bestätigen. Schöne Pflanzen. Dafür, dass ja eigentlich kein richtiges Licht ist. Da ist wieder so eine blaue Kiste. Also ich nenne sie einfach mal, weil sie blau leuchtet. Da wird es doch vermutlich gleich wieder... Hm. Oh? Oh? Innoissance, ich bin sorry. Ich weiß nicht, was passiert, aber wir müssen gehen. Sehr klar, dass wir hier nicht safe sind. Besonders, wenn sie das Haus sehen. Komm schon. Roy, meine Eltern sind tot, nicht wahr? So, das, was man da gerade kurz im Hintergrund gehört hat, war die Haustürklingel, die Post war da. Jo, so, also bin ich ganz aus dem Konzept, wo war ich denn stehen geblieben? Ähm, ach ja, wir haben das Haus gefunden vom Innoissance und es war zerstört worden. Ähm, sehr wahrscheinlich. Ja, können wir später drüber reden. Hm. Und kommt von unten. Weiß schon, eigentlich sollte ich ja erst den, einen da mit dem Gewehr, nehm auch uns gleich jetzt mal vor. Gleich nochmal brennen. Komm her. Was machst denn du da? Und du komm her. Urlaub. Immer schön drauf auf den Mutti. Na boah. So. Also das mit dem Schild, das schauen wir uns nochmal genauer an. Das war aber, glaube ich, jetzt gar nicht so verkehrt. Ich hätte jetzt nicht schlecht Bock, die alle noch auszusaugen. Aber das tun Munition. Und das ist schon alle. Suchen. Sehr schön. Hier ist, was haben wir da? Arbeiterkleidung und chemische Komponenten. Okay. Wie sieht denn die aus? Arbeiterkleidung. Naja. Verständigen. Was kann man da noch machen? Schultern. Technokrieger. Verstärktes Metall. Elektrischer Schaden. Komposit. Unterarme. Technokrieger hat man da auch. Knie. Können wir das eigentlich jetzt bei dem genauso noch? Schultern? Ne, kann man bei dem nicht. Ähm, bevor wir jetzt gar nicht so viel da rein investieren, weil es zu... Na, wir behalten sie erstmal. Das überlegen wir uns noch, ob wir die Monster umziehen. So, das ist alles schon erledigt. Ach, hier haben wir noch einen. Wusste ich es doch. Bestätigen. Und jetzt... Tierwill. Zurück zu Hause. Ja, du schlägst einfach weiter, während wir uns hier kloppen. Du hast auch nichts gesehen. Brav. Das Sinn machen, bitte. Schauen wir mal kurz in den... In das Tagebuch. Da gibt's noch nichts Neues. Charaktere. Integrity. Integrity ist einer Wache Auroras, dessen Schwester mit Browes, dem Gefangenen, aus Lager 19 verlobt ist. Er ist ein Patriot und scheint kein Problem zu haben, das Gesetz zu beugen, wenn es ihm von Nutzen ist. Natur. Nachbarschaft von Innocence Smith. Dies ist das Haus, in dem Innocence aufgewachsen ist und seine Eltern ein Geschäft betrieben. Heute ist es eine Ruine. Das Haus wurde offensichtlich zerstört, als seine Eltern verhaftet wurden. Wieso wurden sie denn verhaftet? Oh, eine Kiste. Danke. Komm mit dir reden. Mit euch? Ne. Wo sind wir denn? Sand. Da können wir uns ja quasi wahrscheinlich einmal durchschlagen. Hier sagt mir auch nichts. Sieht doch alles so weit ruhig aus. Gehen wir mal durch die nächste Tür. Oh, ich sehe da einen Hund. Und eine Wache, mal schauen, ob er die gleich so... Na, immerhin. Oh, ich habe da wieder eins abgekriegt. Hoppala. Da habe ich irgendwie nicht so richtig aufgepasst. Jetzt versuche ich es nochmal. Nein, wenn ich dem dort nicht am Anfang gleich eins so reingedrückt habe, wie ich es gerne wollte. Äh... Oh, nein. Und noch eins. Und komm. Wir sehen ja auch der da gleich. So. Nun komm her. Oh, nein. Oh, nein. Bum, bam. So. Ich hätte mir das auch gleich mal ein bisschen... ...ausverundet, die Sache. Warum müssen wir das am zweiten Anlauf klappen? Na, Munition. Wie ist denn eigentlich unser Ruf? Neutral. Und das nur, weil hier ein bisschen Blut in der Ecke liegt, oder was? So. Wo können wir jetzt hin? Wir können da lang, oder wir können da lang? Schauen wir uns das mal da lang an. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.